Herr Präsident, meine Damen und Herren, sehr geehrte Frau Präsidentin Klaassen-Beblow, zunächst möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen und bei Ihrem ganzen Team für diesen Jahresbericht und für die geleistete Arbeit bedanken. Bitte geben Sie das weiter an den Rechnungshof. Vielen Dank. Mit dem Jahresbericht 2013 beanstanden Sie nicht nur die Verschwendung bei Einzelmaßnahmen von insgesamt ca. 33 Millionen Euro durch den Senat, sondern viel mehr. Es geht um Grundsätze großkoalitionärer Haushaltspolitik und um organisatorische Mängel, die Berlin wesentlich mehr kosten. Liebe SPD, liebe CDU, herzlichen Glückwunsch. Sie sind nicht nur die unbeliebteste Landesregierung Deutschlands, Sie sind auch noch zahlenmäßig die Größte. Das muss man erst mal schaffen. Und dass Berlin schlecht regiert wird und das dann auch noch von der größten Landesregierung, das wissen wir mittlerweile. Absurde Ressortzuschneidungen, zum Beispiel die Trennung von Wissenschaft und Forschung, sorgten auf wundersame Art und Weise zu einer deutlichen Erhöhung der Staatssekretäre. Die erste Amtshandlung vor zwei Jahren war die Schaffung von mehr Pöstchen. Willkommen zurück, Große Koalition. Ein kleines Ratespiel. Wo haben wir einen Staatssekretärsposten für sage und schreibe 21 Beschäftigte? Also wirklich eine sehr gut bezahlte Referatsleitung. Na, Vorschläge? Genau, den Verbraucherschutz. Und das ist aber ein Beispiel des diesjährigen Rechnungshofsberichts. Aber wir haben ja, ich möchte mal sagen, auch die sogenannten Dauerthemen, die immer wieder auftauchen. Da haben wir beispielsweise die jahrelange Unterlassung von Prüfung von Verwendungsnachweisen, die wir auch im diesjährigen Rechnungshofbericht wieder haben. Dann auch die Irrwege, die bei IT-Projekten gegangen worden sind und immer noch gegangen werden. Da hatten wir schon mal Modesta. Jetzt im diesjährigen Jahresrechnungshofbericht mahnt der Rechnungshof an das Projekt ISBJ. Und das Scheitern von ISBJ hat zu einem Schaden von 3,9 Millionen geführt. Und wir wissen jetzt nun aus den aktuellen Debatten, dass wir wohl auch damit rechnen müssen, dass wir bei der E-Akte den nächsten Flop in diesem Bereich haben. Und auch die Aussagen zur IT-Sicherheit bestätigen Warnungen der letzten Jahre, die wir immer wieder in den Fachausschüssen auch getätigt haben. Der Rechnungshof und der Datenschutzbeauftragte haben schon seit 2006 wiederholt angemahnt, dass alle Behörden dem gesetzlichen Auftrag, ein IT-Sicherheitskonzept zu erstellen, nachkommen. Laut Aussage im IT-DAT fehlten angeblich nur noch wenige Verwaltungen. Jetzt erfahren wir im Rechnungshofbericht, dass selbst die vorhandenen Konzepte total veraltet sind und sich teilweise auf Software bezieht, die gar nicht mehr im Einsatz ist. Es wird deutlich, es fehlt eine IT-Strategie und die Fähigkeit zur IT-Steuerung in diesem Senat. Und zum Schluss das Dauerthema Bauen. Der Landesrechnungshof kritisiert zu Recht, wie unorganisiert und vor allem unwirtschaftlich in Berlin gebaut wird. Die aktuellen Beispiele, Flughafen, Staatsoper, muss man hier gar nicht ernennen. Das sind prominente Einzelfälle. Aber der Jahresbericht zeigt, beim Bauen von Gebäuden und Infrastruktur verschwendet dieser Senat Steuergelder. Kosten laufen regelmäßig aus dem Ruder. Zeitpläne werden nicht eingehalten. Prüfungen dienen als politische Placebos. Der Rechnungshof hebt an dieser Stelle das Bettenhochhaus Charité hervor. Er kommt zu Kostensteigerungen von mehr als ein Viertel. Der Rechnungshof rechnet mit Mehrkosten von 40 Millionen. Auch notwendige Infrastrukturprojekte, wie der Bau der Straßenbahn, vom Alex zum Kulturforum. Das unterstützt übrigens meine Fraktion, die im Bau der Straßenbahn. Was wir dann aber nicht nachvollziehen können, ist, wenn man die Straßenbahn wirklich will, warum man dann für zwei Millionen, just da, wo die Straßenbahn fahren soll, einen Boulevard der Stars errichtet. Denn wenn die Straßenbahn fährt, dann kann der Boulevard gar nicht mehr sein. Das sind zwei Millionen, die sinnlos ausgegeben worden sind. Wenn man diese Straßenbahn will, muss man das nämlich wieder abreißen. Und in Berlin muss man angesichts dieser Beispiele davon sprechen, dass die Bauplanung eher zur Fehlplanung geworden ist. Wir brauchen endlich ein vernünftiges Baukostencontrolling. Und wir müssen uns ehrlich machen bei den Angaben von Baukosten. Keine Luftschlösser zum Nulltarif angegeben und dann am Ende in der Realität das Fass ohne Boden. Und der Rechnungshof kritisiert diese Kostenexplosion. Aber er zeigt eben auch, dass der Senat an falscher Stelle investiert. Die Investitionsquote ist so niedrig wie noch nie. Und hier müssen wir dringend handeln. Denn eine nachhaltige, eine zukunftsfähige Investitionshaushaltspolitik, die denkt auch an den Gebäudebestand. Und deshalb müssen wir hier dringend den Sanierungsstau angehen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Klaassen-Bebel. Ich freue mich auf die Debatte im Ausschuss. Vielen Dank.